Jo Freunde in der Nacht, was geht ab? Herzlich Willkommen zum neuen Video. Ich bin für euch heute im Schwarzwald auf dem kleinen, aber feinen Funkentanz-Festival. Hier sind roundabout 500 Tickets verkauft worden und ich nehme euch heute mit. Wir machen einen kleinen Rundgang, aber wie immer, ey, ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Das kostet euch nichts, ihr unterstützt mich damit ein bisschen. Und 60 oder mehr als 60% haben, glaube ich, den Kanal immer noch nicht abonniert. Deswegen gerne abonnieren und auch das Video liken und kommentieren. Das mag der Algorithmus super gerne. Und jetzt würde ich sagen, ich nehme euch jetzt erstmal mit. Let's go! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Man, 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 ist das geil hier. So, jetzt erstmal kurz durchschnaufen, den Abo-Button drücken und einen Kommentar reinschreiben, wie es euch dem jetzt gefällt. Hä, warum klingelt jetzt mein Wecker? Ach du Scheiße, ich muss Mucke machen. Okay, dann geht's go auf den Main Floor. Okay, dann geht's go auf den Main Floor. Und dann geht's go auf den Main Floor. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis bald, Bumschieber, euer Psychele Oh, ihr seid denn noch da? Wir sind in der Endcard, klickt entweder hier für ein cooles Video oder hier für eine coole Playlist oder jetzt auf mein Gesicht, um auf meinen Kanal zu kommen. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit habt ihr noch? Denkt immer dran, immer schön erleuchtet und entrückt gucken, dann klappt es auch mit den Elfenbädchen.